Guten Tag, liebe Hörer, mein Name ist Matthias Burchardt und ich heiße Sie herzlich willkommen zur Sendung Philosophieren im Kontrafunk, die fleischgewordene Gegenrede unter dem Konsensdiktat des Veganismus. Gemeinsam mit Alexander Christ diskutiere ich von Woche zur Woche alltägliche und tiefgründige Themen. Geht es Ihnen auch so? Gesundheitspolitik, Migration, Klima oder der Kampf für die Demokratie? Kaum hört man eine politische Verlautbarung, schon springen einem sofort die zahllosen Widersprüche ins Auge. Erlassene Maßnahmen passen nicht zu den vermeintlichen Zielen, Deutungen nicht zu den Fakten, Taten nicht zu den Worten und Expertenmeinungen nicht zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Jeder Versuch, dem politischen Diskurs mit Logik beizukommen, endet unweigerlich in der Frustration. Insofern ist es dringend erforderlich, dass wir in Philosophieren über das Widersprechen nachdenken. Denn es wird ein weiter Weg vom Satz des Widerspruchs bis hin zum Herrschen durch die Widersprüchlichkeit. Philosophieren im Kontrafunk mit Alexander Christ und mit mir Matthias Burchardt heute zum Thema Widersprechen. Das ist ja ein changierendes Thema, weil wir einerseits eine logische Frage haben und andererseits auch den Mut des öffentlichen Diskurses thematisieren. Fällt es dir leicht, jemanden zu widersprechen, Alexander? Also erstmal muss ich dir widersprechen. Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja völlig einfach, dieses Thema. Und absolut eindeutig und klar, da brauchen wir gar nicht viel erklären. Also du hast keine Probleme damit, jemanden zu widersprechen. Zumindest nicht mir im öffentlichen Diskurs. Wolltest du damit jetzt der Sache zur Geburt helfen oder dich selbst profilieren? Nein, ich wollte mich natürlich selbst profilieren. Wir fangen ja oft ein bisschen launisch an, unsere Hörer kennen das von uns. Aber tatsächlich jetzt Spaß beiseite. Ich finde, widersprechen ist ein Thema, das mir auf jeden Fall sehr liegt. Ich liebe den Widerspruch. Ich finde das wichtig. Ich finde das ganz entscheidend, dass man Nein sagt. Ich finde das ganz entscheidend, dass man eine eigene Position vertritt. Ich gebe zu, ich mache das manchmal auch ein bisschen bewusst übertrieben. Selbst wenn ich dem Vorredner in Teilen zustimme, liebe ich es, eine Gegenposition aufzubauen. Widerspruch in diesem Sinne finde ich unbedingt erforderlich und belebend für jede Diskussion. Gibt es Gründe, vielleicht auf Widerspruch auch zu verzichten? Einfach vielleicht aus Gründen Höflichkeit, einer guten Stimmung willen, vielleicht auch in der Partnerschaft, um eine andere Person nicht zu beschämen? Ja, also natürlich fallen auch mir da einige Gründe ein. Aber auch da muss ich mich outen und zugeben, dass ich oft dem Widerspruch erliege und dann trotzdem widerspreche. Und dann nachher denke ich mir, das hättest du vielleicht nicht tun sollen. Vielleicht wäre es klüger, eleganter, höflicher gewesen, nicht zu widersprechen. Ich gebe zu, dass für mich der Widerspruch als solcher schon einen gewissen Reiz besitzt. Ja, bei mir ist das in fachlichen Debatten und politischen Debatten auch ganz naheliegend. Im Privaten stimme ich gerne Leuten zu. Ich mag das, ihre Positionen stark zu machen, mich erstmal einzulassen und zu verstehen, worum es ihnen überhaupt geht. Und es gibt diesen alten Satz, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Auch das hilft einem ja durch das Leben, weil man manchmal Konflikten auch entgeht, indem man einfach das, was man für richtig hält, gar nicht äußert. Insbesondere wenn dann gar nicht der Ort und die Zeit ist, etwas auszudiskutieren. Es ist ja auch so, dass Menschen, die stets und gerne widersprechen, sichtbar, hörbar einen gewissen Spaß am Widerspruch haben von den anderen, teilweise gar nicht so sehr geschätzt werden. Man spricht ja gerne auch vom Korinthenkacker. Das ist dann der, der sich so an Kleinigkeiten festbeißt und gar nicht, wie du das jetzt eben empfohlen hast, damit beginnt zu sagen, ja, ich finde deine Position sehr begreiflich und möchte sie hiermit mit folgenden Argumenten stark machen, sondern jemand, der sich die Punkte raussucht, die eben nicht stimmig sind, die vielleicht tatsächlich nicht stimmig sind oder die aus dessen Sicht nicht stimmig sind und dann sagt, aber das, das stimmt ja nun gar nicht und das geht ja auch nicht. Und hier liegt man ja auch falsch. Und da gibt es auch noch ein Teil, das nicht beachtet wurde. Und das sind dann eben so Menschen, die, ja, das Haar in der Suppe suchen. So wird man oft dargestellt, wenn man sich in den Widerspruch begibt. Also der Nein-Sager ist, glaube ich, auch als solche eine Figur, die man vielfach aus dem täglichen Leben kennt. Ja, und auch das ist vielleicht keine positiv besetzte Figur. Zumal manchmal auch eine Gesprächssituation verkannt wird, wenn es nicht um die Sachklärung oder um die politische Willensbildung geht, sondern einfach nur um einen Smalltalk oder ein Beziehungsgespräch, in dem ein Kontakt aufgewärmt wird. Da ist es manchmal sehr, sehr lästig, wenn die Menschen dann immer wieder sprechen und einen Gesprächsfluss hemmen. Ich glaube, da kommt es ganz darauf an, dass man auch versteht, was der Sinn eines einzelnen Gesprächs ist. Ja, ich finde es jetzt schön, dass du das Thema Sachklärung angesprochen hast. Da möchte man ja meinen, dass Menschen gemeinhin die Sachklärung in den Vordergrund ihres Bemühens stellen. Dass es also oft um die Sachklärung gehen sollte, dass es wichtig ist, ein Sachverhalt vollständig aufzuklären. Und auch da kann man sich eben, wenn man sich um die Sachklärung bemüht, ja, unbeliebt machen oder eben Probleme schaffen. Ich erinnere mich da an eine persönliche Begebenheit aus meiner Kindheit. Ich war mit meinen Eltern an der Pforte am Eingang eines kleinen Zoos in Österreich. Da konnte man Tiere streicheln, so ein Streichelzoo und konnte Ziegen sehen, Hasen und so weiter. Also es war auf jeden Fall etwas, wo ich als Kind gerne mitgegangen bin. Und dann stehen wir an dieser Kasse, an so einem Kassenhäuschen. Mein Vater studiert die Tafeln, stellt fest, unter sieben Jahre ein anderer Preis als über sieben Jahre und sagt zu der Ticketverkäuferin im Brustton der Überzeugung, ich sei sechs Jahre alt. Und natürlich hat es meinen Widerspruch hervorgerufen. Ich habe mich sofort zu Wort gemeldet, ungefragt und habe gesagt, aber ich bin doch bereits sieben. Und natürlich mussten wir dann den höheren Betrag zahlen. Mein Vater hat das so ein bisschen heruntergespielt. Aber letzten Endes ist mir natürlich dann danach klar geworden, oder hättest du lieber geschwiegen. Das ist so eine schöne Situation. Aber ich wollte den Sachverhalt klären, ihn klarstellen, durch meinen Widerspruch deutlich machen, ich bin bereits sieben und nicht mehr sechs Jahre alt. Das war insgesamt nicht so schön und eine häufig von meinen Eltern erzählte Anekdote zu dem Stichwort, musst du immer wieder sprechen. Kindermund tut Wahrheit kund, auch da, wo sie dem Ganzen schadet. Wir sprechen über das Widersprechen und die Widersprüchlichkeit im großen und im kleinen Maßstab heute. Und es ist ja offensichtlich eine Frage, die antwortet auf das menschliche Bemühen, mit Sprache sich zur Wirklichkeit zu verhalten und die Wahrheit durch das Abwägen von Argumenten und Einwänden im Gespräch zu gewinnen. Was dabei immer vorausgesetzt ist, dass wir Widerspruchsfreiheit anstreben, das werden wir gleich auch noch über den Satz des Widerspruchs klären, und dass wir selber mit uns im Reinen sind, sodass wir von Selbst, Einheit, Identität und Widerspruchsfreiheit auch in uns selbst ausgehen können. Das ist naiverweise vorausgesetzt. Jetzt gibt es einen starken Provokateur dieser Einstellung in Michel de Montaigne, der gerade die Selbstzerrissenheit, die Widersprüchlichkeit zum Wesen des Menschen erklärt. Du hast da eine starke Passage gefunden aus den Essays, die ich dich bitten würde, jetzt vorzulesen, weil wir damit feststellen werden, dass offensichtlich wir selber uns gar nicht so gewiss sein können, dass wir die Widersprüchlichkeiten in der Welt auflösen können, weil wir vielleicht selber der größte Träger aller Widersprüche selbst sind. Das tue ich gerne. Ich lese das gerne vor, allerdings nicht ohne den Gedanken vorausschicken zu wollen, dass ich dir auch in deiner kurzen Einleitung zu dieser Textpassage gerne widersprechen möchte. Du sagtest nämlich, wir streben an, widerspruchsfrei zu sein. Und ich weiß gar nicht, ob das allen so geht, allen Hörern so geht. Das würden wir auch gerne mit den Hörern diskutieren. Vielleicht schreiben sie uns dazu. Ich persönlich sehe das nicht so. Ich strebe tatsächlich die Widersprüchlichkeit an und sehe einen großen Gewinn darin, verschiedene Aspekte erkennen zu können. Und es muss eben überhaupt nicht passend und stimmig sein. Aber dazu sicherlich später mehr. Jetzt erst die Textstelle von Michel de Montaigne. Alle Widersprüche finden sich in mir, je nach Gesichtswinkel und Umständen, schamhaft und unverschämt, keusch und geil, geschwätzig und schweigsam, tatkräftig und zimperlich, geistreich und blöde, mürrisch und leutselig, lügnerisch und wahrhaftig, kenntnisreich und unwissend, geizig und verschwenderisch. Von alledem finde ich etwas in mir, je nachdem ich mich drehe. Wir sind alle aus lauter Flicken und Fetzen, so kunterbunt, unförmlich zusammengestückt, dass jeder Lappen jeden Augenblick sein eigenes Spiel treibt. Ja, das finde ich sehr, sehr nachvollziehbar und zugleich sehr schockierend, weil die Attribute, die hier durch ein Un verbunden sind, ja eigentlich sich wechselseitig ausschließen. Entweder bin ich tatkräftig oder zimperlich, geistreich oder blöde. Zumindest im selben Moment bin ich mal das eine, mal das andere. Also er zeigt auch, dass es am Gesichtswinkel und an den Umständen liegt, an der Perspektive, dass ich offensichtlich ganz viele Facetten habe, die im Einzelnen auf mich zutreffen, obwohl sie dann in der Summe gesehen sich widersprechen. Das heißt, meine Identität ist keine widerspruchsfreie. Ich bin nicht A gleich A, sondern ich bin möglicherweise Varianten meiner selbst, die in die Zeit ausgestreut und je nach Situation eine andere Facette von mir zum Vorschein bringen. Und erst der Anspruch der Logik produziert das Problem der Widerstruchsfreiheit. Meine Existenz ist in sich widersprüchlich. Und was das Besondere an diesem Gedanken aus meiner Sicht ist, ist, ich trage es in mir. Das heißt, es wäre verfehlt anzunehmen, dass ein Mensch eben stets und immerfort der eine gleiche Unänderbare sein müsse. Ganz im Gegenteil, die Anlagen sind da, ganz unterschiedliche Facetten zu zeigen. Die Möglichkeiten sind da, bestimmte Aspekte auszuprägen. Und das bedeutet natürlich, dass in uns selbst, im Menschen bereits angelegt ist, diese Varianz, diese Vielfalt, diese Vielgestaltigkeit, auch die Widersprüchlichkeit, auch mal das eine und mal das andere zu sein. Ich mag dir vielleicht zustimmen, wenn du sagst, es hängt von dem Moment ab. In diesem einen einzigen Moment, in dieser einen logischen Sekunde bin ich vielleicht wirklich das eine, der eine? Ja, möglicherweise, möglicherweise aber auch nicht. Selbst da würde ich noch ein kleines Fragezeichen machen. Aber in der Gesamtschau betrachtet bin ich eben ganz sicher nicht nur immer der eine gleiche Unveränderliche. Damit wird natürlich das Konzept des Subjektes, der Person und der Identität radikal in Frage gestellt, weil wir gerade davon ausgehen, dass Selbstidentität uns kenntlich macht gegenüber den anderen. Was wir hier sehen, ist, dass wir halt viele Facetten haben und damit auch nicht greifbar sind. Und bei Montaigne geht das noch weiter. Er führt es zurück auf die Welt selber, die in einer widersprüchlichen Bewegung zu sein scheint. Er sagt, die Welt ist eine ewige Schaukel. Das heißt, wir haben auch hier kein feststehendes Element, das uns eine Identität gewährleisten könnte durch das Gleichbleiben. Die Zeitlichkeit ist eingekehrt in das Wesen der Welt. Aber das waren nur ein paar Andeutungen zum Anrauen des Themas. Ist denn damit in deinen Augen die Forderung nach Widerspruchsfreiheit im theoretischen Diskurs, bei der Sachklärung und vielleicht auch im politischen Diskurs hinfällig geworden? Müssen wir da nicht sagen, ja gut, dass die uns alle belügen und mal das eine und mal das andere sagen, das liegt in der Natur des Menschen. Also können wir doch auf den logischen Anspruch der Widerspruchsfreiheit verzichten? Nein, das glaube ich nicht. Und das würde ich beruhigen. Und da möchte ich gleich auf ein Grundproblem hinweisen, wenn wir davon ausgehen wollen, dass die Widersprüchlichkeit den Menschen angelegt ist und dass sie eben ein Grundtatbestand ist, den es anzuerkennen gilt. Widersprüchlichkeit existiert, sie ist möglich. Wenn wir davon ausgehen wollen, dann bedeutet es eben keineswegs einen Freibrief für alle, die sich jetzt quasi immer in jeder Sekunde aussuchen können, wer sie sein wollen, wie sie sein wollen und was wahrhaftig sei und was nicht. Das nun eben gerade nicht. Das heißt, die Sachklärung bleibt eine wichtige Forderung und es bleibt natürlich auch eine wichtige Regel, dass man davon ausgehen sollte, dass Menschen vernünftig denken sollten und dass, wenn man vernünftiges Denken voraussetzt, erstmal keine widersprüchlichen Überzeugungen gehegt werden sollten. Es ist also deshalb weiterhin auch aus meiner Sicht nicht vernünftig, gleichzeitig zu meinen, man sollte immer früh aufstehen, aber auch man sollte immer lange schlafen. Das würde sich widersprechen und das würde natürlich nicht zusammenpassen. Insofern ist für mich natürlich klar, dass wir jetzt den Widerspruch offen zu Tage gelegt haben. Die Widersprüche sind da, sie bestehen, sie sind in der Welt, wir werden uns damit irgendwie auseinandersetzen müssen, aber gleichzeitig wünschen wir in den Sachfragen eine Aufklärung, eine Richtigkeit, eine Stimmigkeit. Da bin ich völlig bei dir. Ich versuche das jetzt mal aus der Logik heraus zu entfalten und zwar aus der traditionellen Logik, wie wir es selber bei Aristoteles kennenlernen. Und da wird ja ein Satz formuliert, der Satz vom Widerspruch, nämlich der besagt, dass etwas, was sich widerspricht, nicht wahr sein kann. Also ein erstes Kriterium zur Wahrheitsprüfung ist die Widerspruchsfreiheit. Aus der Widerspruchsfreiheit folgt nicht zwangsläufig die Wahrheit, sondern nur der Ausschluss des Falschen. Was sich widerspricht, ist falsch. Das heißt, ich kann nicht einer Sache gleichzeitig einem Attribut zusprechen und es ihr gleichzeitig absprechen. Das führt zu Widersprüchen, also ein quadratischer Kreis ist ein Widerspruch, weil entweder handelt es sich um ein Quadrat oder um ein Kreis. Das Ganze korrespondiert jetzt mit einer ontologischen Überlegung, also das Sein betreffend, nämlich zur selben Zeit kann etwas nicht in einer Beschaffenheit existieren und zugleich nicht existieren. Das ist völlig plausibel, diese Sätze müssen nicht begründet werden, sie gelten als evident, also als unmittelbar einleuchtend. Und ich würde dem auch nichts entgegensetzen, mit der Ausnahme vielleicht von Montaigne, dass es beim Menschen irgendwie da eine schreckliche Ausnahme gibt, aber ich finde, entweder handelt es sich um einen Würfel, um eine Kugel, um einen Kreis oder ein Quadrat. Der ist entweder rot oder blau, aber er ist nicht beides zugleich. Oder er existiert oder existiert nicht, aber er existiert und existiert nicht zur selben Zeit. Ich glaube, diese Sätze sind so evident, dass man ihn kaum widersprechen kann. Oder würdest du da noch widersprechen? Nein, da würde ich auch nicht widersprechen. Ich bringe jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Wenn ich beispielsweise eine Katze anschaue und sehe, sie ist schwarz, dann kann ich nicht gleichzeitig behaupten, sie sei weiß. Dann ist sie eben schwarz. Wenn sie natürlich weiße Flecken hat, ist sie weiß und schwarz. Aber grundsätzlich eine einfarbige Katze, die schwarz ist, ist schwarz und nicht weiß. Wenn ich jetzt provokant formuliere, dann würde ich sagen, Menschen sind entweder ein Mann oder eine Frau. Sehr provokantes Thema. Ich weiß gar nicht, ob wir das heute sagen. Nein. Nein, habe ich natürlich nicht gesagt. Ist auch vom Sachverhalt nicht ganz so stimmig und so einfach. Es gibt ja Unterschiede, die sind kontradiktorisch. Also entweder das eine oder das andere. Oder es gibt Unterschiede, die haben graduelle Zwischenräume. Und vielleicht ist es bei den Geschlechtern ja durchaus auch gegeben. Naja. Jedenfalls möchte ich dir also da zustimmen und sagen, dass es bestimmte Erkennungsmerkmale gibt, die uns sagen, wie etwas ist. Und da gehört ja auch dein Beispiel dazu. Wenn ich einen Gegenstand, einen Körper vor mir sehe, dann kann ich seine Form beschreiben. Und wenn wir uns vorher auf die Konvention geeinigt haben, dass etwas, was scharfe Kanten hat und auf einer Ebene vier Ecken hat und insgesamt gesehen acht Ecken hat, dann ist das wohl ein Würfel. Davon wird man dann eben innerhalb dieser Konvention ausgehen dürfen und auch genauso davon sprechen dürfen und kann nicht etwa sagen, das ist jetzt eine Kugel. Das geht eben nicht. Du hast die Passage über Aristoteles noch rausgesucht, in der das mal wunderbar sprachlich gefasst ist. Vielleicht trägst du die nochmal vor, damit wir eine schöne Grundlage für alle unsere weiteren Überlegungen haben. Das sicherste unter allen Prinzipien ist dasjenige, bei welchem Täuschung unmöglich ist. Denn ein Prinzip, welches jeder notwendig besitzen muss, der irgendetwas von dem Seienden erkennen soll, ist nicht Annahme, Hypothese. Und was jeder erkannt haben muss, der irgendetwas erkennen soll, das muss er schon zum Erkennen mitbringen. Welches aber dieses ist, wollen wir nun angeben. Dann nämlich dasselbe, demselben und in derselben Beziehung, und dazu mögen noch die anderen näheren Bestimmungen hinzugefügt sein, mit denen wir logischen Einwürfen ausweichen, unmöglich zugleich zukommen und nicht zukommen kann. Das ist das sicherste unter allen Prinzipien. Es ist nämlich unmöglich, da jemand annehme, dasselbe sei und sei nicht. Ein bisschen umständlich formuliert, mit diversen flankenschützenden Argumenten noch zur Seite, ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt darin bestimmt, dass nicht etwas zugleich einer Sache zukommen kann und nicht zukommen kann. Das mag eine bestimmte Eigenschaft sein, die entweder zutrifft oder nicht zutrifft. Das mag aber auch die Existenz der Sache sein oder auch nicht. Und damit ist eigentlich die Grundlage für den Widerspruch bestimmt. Also da, wo sich Widersprüche finden, dort herrscht ein logischer Fehler vor und alles weitere, was daraus folgt, kann nur falsch sein. Es können Begriffe widersprüchlich bestimmt sein, also ein quadratischer Kreis zum Beispiel, oder es können auch Urteile widersprüchlich sein, indem man etwa in dem Subjekt, über das ein Urteil gefällt wird und dem Prädikat, das diesem Subjekt zugesprochen wird, einen Widerspruch aufbaut, indem man etwas, was dem Subjekt enthalten ist, in dem Prädikat negiert. Also man kann sagen, dieser Ball ist würfelförmig, dann wird gewissermaßen in dem Prädikat würfelförmig das Attribut der Kugelform, das in dem Begriff des Balles enthalten ist, negiert. Das klingt jetzt alles sehr, sehr formal, ist aber als Voraussetzung für unsere weiteren Überlegungen relativ bedeutsam, weil wir damit eine logische Grundlage haben, die wir mit Argumentstatus versehen können, wenn es um politische, ethische oder theoretische Äußerungen geht. Insofern ist es ganz gut, sich das anzuschauen und sich ein bisschen mit Logik zu bewaffnen, wenn man in den öffentlichen Diskurs einsteigen möchte. Bevor wir diesen Gedankengang weiterspinnen, lass mich eine Frage stellen und vielleicht hast du da ja eine gute Antwort. Ist mit diesen Überlegungen jetzt jeder Fantasie, jeder Suche nach neuen Beschreibungen und neuen Lösungen sozusagen die Tür verschlossen worden? Kann ich jetzt nicht mehr über den Tellerrand hinausdenken? Was ich damit sagen will ist, wenn wir einmal festgelegt haben, dass etwas eine Kugel ist, muss es dann eben zwingend eine Kugel sein, weil ich ja gesagt habe, es ist unmöglich mit Aristoteles, dass jemand annehme, dasselbe sei und sei nicht, dasselbe sei so und dasselbe sei eben nicht anders. Oder habe ich trotzdem noch die Möglichkeit, mit Kreativität und Fantasie Dinge komplett in Frage zu stellen und zu sagen, es ist wirklich auch für den Fortschritt notwendig, neue Gedankengänge zuzulassen und unkonventionelle Ansätze zu ermöglichen? Geht das noch? Also da geht jetzt einiges in der Frage kompliziert durcheinander, was man vielleicht nochmal sortieren sollte. Die Aufgabe des Philosophen ist ja zunächst einmal zu sagen, was der Fall ist. Und das schließt ja nicht aus, dass in einer momentanen Aussage eine Eigenschaft sich auch wandelt. Also ich kann zum Beispiel sagen, der Ball ist rot und ich kann sagen, der Ball ist grün. Dann sind das ja zwei widersprüchliche Aussagen, die aber über den Zeitstrahl durchaus miteinander kompatibel sind. Das heißt, wenn ich sage, der Ball ist heute rot und morgen habe ich ihn grün angemalt, dann ist er grün, dann passt das wieder zusammen. Diese Eigenschaften, die sich wandeln können an den Dingen, das nennt man die akzidentellen Eigenschaften. Das sind also Dinge, die ihnen zufällig zukommen und ihnen mit der Zeit gegeben und damit auch wieder genommen werden können. In der Ballheit selber allerdings, und das ist der Punkt, ist eine Verknüpfung zwischen dem, was ich als Merkmale im Begriff denke und dem, was ihr Sein ausmacht, so gegeben, dass eine Aufhebung von bestimmten Merkmalen dazu führt, dass das Ding nicht nur in einen Denkwiderspruch mündet, sprachlich, sondern dass es in eine Auflösung des Seins mündet. Ich versuche mal ein Beispiel zu geben, um das deutlich zu machen. Also wir können halt sagen, ein Lebewesen ist jung oder alt. Das kann man ja feststellen und das zeigt sich in der Zeit, dass eine Eigenschaft des Verweilthabens in der Zeit sich wandelt. Zum wesentlichen Eigenschaften eines Lebewesens gehört aber zum Beispiel Stoffwechsel zu haben. Und wenn du jetzt die Eigenschaft des Stoffwechsels negierst und sagst, es ist ein Lebewesen, aber es hat keine Stoffwechselfunktion mehr, dann hast du zum einen einen Widerspruch ausgeführt, weil du nämlich in dem Lebewesenbegriff ist der Stoffwechsel mit vorhanden, den negierst. Und wenn das der Fall ist, dann ist in der Realität auch dieses Lebewesen tot, denn die Einstellung der Stoffwechselfunktionen kommt mit der Auflösung eines Seinden als Lebewesen gewissermaßen gleich. Das heißt, hier müsste man nochmal genau unterscheiden, wovon man spricht. Die Perspektive des Neuen und des Fantasievollen verlässt nicht den Bereich der Logik und der Widerspruchsfreiheit, denn du kannst dir alles Mögliche ausmalen, aber wenn du dich in den Bereich des Widerspruchs begibst, dann kommst du in den Bereich der Denkunmöglichkeit, also etwas Widersprüchliches kann man auch nicht mal denken. Also versuch mal eine Kugel zu denken, deren Mittelpunkt überall und deren Peripherie nirgends ist. Geht nicht, ist ein Beispiel von Hermes Trismägestos oder das Ganze kann nicht nur nicht gedacht werden, sondern es kann auch nicht existieren. Das heißt, hier haben wir mit der Logik ein bestimmtes Fundament formuliert, dass der Fantasie zwar Rahmungen gibt, sie aber dann doch auch kategorisch einschränkt. Darf ich das nochmal in meinen Worten übersetzen und dich fragen, ob ich damit richtig liege mit diesem Verständnis? Du sagst also, dass ich bei aller Fantasie den Gesetzen der Physik und den Gesetzen der Logik nicht entkommen kann. Ich kann sie nicht komplett zur Seite legen. Ich kann zwar sprachlich so tun, als würde ich sie nicht beachten, aber damit begebe ich mich eben in einen Widerspruch zu dem, was nach meinetwegen den Gesetzen der Logik oder den Gesetzen der Physik zwingend gilt. Wäre das richtig? Ja. Ganz genau. Das heißt, sprachlich geht alles Mögliche, aber du merkst schon, versuch dir mal so eine Kugel vorzustellen. Das ist übrigens ein Beispiel von Blaise Pascal, der das versucht als Provokation für den Geist heranzuführen. Du kannst dir so eine Kugel nicht vorstellen, weil du mit dem Begriff der Kugel immer einen Mittelpunkt und eine limitierte Peripherie annimmst, eine Hülle der Kugel. Und wenn du jetzt sagst, der Mittelpunkt ist überall und die Hülle ist nirgends, das geht nicht. Ja, das war jetzt glaube ich einfach noch eine wichtige Klärung, auch für alle die, die den Widerspruch als etwas nehmen, was sich rein sprachlich abspielt. Natürlich kann ich sprachlich jedem x-beliebigen Satz widersprechen. Das ist absolut möglich, aber ich verlasse eben dann noch nicht die Gesetze der Logik. Jetzt müssen wir beide ehrlicherweise nochmal kurz die Waffen strecken, weil bei Hegel wird das Ganze in eine Geschichtlichkeit übersetzt, als eine Art Bewegungsgesetzmäßigkeit, in der das Denken bei der Sachklärung voranschreitet, durch die Dialektik, aber auch durch die das Sein sich verbessert von einem schlimmen, schlechten Zustand in einem immer besseren Zustand. Dazu könnte und müsste man viel sagen. Ich glaube, du hast ein paar Überlegungen da vorbereitet, aber so wirklich tief können wir darauf nicht eingehen. Wir wollten nur zeigen, dass dieser Widerspruch nicht einfach nur eine statische Ausschlussperspektive ist, sondern auch eine dynamische Geschichtlichkeit besitzen kann. Also dazu müsste man, wenn ich dich da zitieren darf, siebenmal sieben Jahre Hegel studieren und die Zeit hatte ich jetzt zur Vorbereitung dieser Sendung leider nicht. Hegel ist natürlich wirklich die denkbar komplizierteste Materie, die man sich vornehmen kann. Aber nichtsdestotrotz müssen wir beim Begriff des Widerspruchs oder des Widersprechens natürlich Hegels Begriff der dialektischen Aufhebung kurz nennen und beschreiben, dass er damit den Vorgang der Überwindung eines Widerspruchs meint, wobei die positiven, wertvollen Elemente erhalten und fortgeführt werden und die negativen entfallen. Für Hegel scheint es sich nach meinem Verständnis, wie gesagt, mit einer starken, subjektiven Einschränkung, das ist mein Verständnis von dem Wenigen, was ich von Hegel kenne und in Anführungszeichen verstanden zu haben glaube. Für Hegel scheint es sich aus meiner Sicht tatsächlich um einen Prozess zu handeln, der in drei Momente gegliedert werden kann. Einmal die Beendigung, die Überwindung einer bestimmten Entwicklungsstufe, beispielsweise die Aufhebung eines Gesetzes oder eines Erlasses, dann das Erhalten einer ganz bestimmten zukunftsträchtigen Seite dieses vorhergehenden Zustands. Der wird aufbewahrt, der wird sozusagen konserviert und mitgenommen in eine höhere Stufe der Entwicklung, in der mehrere Seiten des vorhergehenden Prozessschrittes integriert werden, wodurch dann eine neue Funktion erlangt wird und das beschreibt Hegel als eine Art Erhöhung. Etwas wird erhöht, wird in einen besseren Zustand versetzt und damit ist für ihn der Widerspruch ein ganz wichtiger Schritt in dieser Zeitspanne. Im Grunde könnte man sagen, dass die alte Ordnung ins Wanken gerät und durch eine neue Ordnung ersetzt wird, eine bessere Ordnung und für ihn ist es glaube ich deshalb ganz wichtig, dass man durch diese Phase hindurch geht und nicht auf der Ebene des Widerspruchs vor allem stehen bleibt. Wir werden im Folgenden auch noch über die Dialektik sprechen, nicht unbedingt die Hegel'sche Dialektik und werden zeigen, wie der Widerspruch damit zum Motor der Sachklärung wird. Einen Aspekt, den hast du bei der Vorbereitung noch hervorgehoben, der mir völlig entfallen war, den ich aber für sehr wichtig halte, ist der performative Widerspruch. Wir haben bisher über den Widerspruch im Sein gesprochen oder im Sprechen. Es gibt aber auch einen Widerspruch, der nicht in dem geäußerten Sachverhalt liegt, sondern in dem Verhältnis zwischen dem Äußerungsmodus und der Äußerung selbst. Ich habe das jetzt sehr kompliziert gesagt, vielleicht kannst du das schöner erklären. Was ist ein performativer Widerspruch? Naja, gemeint sind damit die Widersprüche zwischen den sprachlichen Äußerungen selbst und nicht sprachlichem Handeln. Und das begegnet uns ja tatsächlich, würde ich mal behaupten, jeden Tag. Ständig sehen wir das, dass jemand etwas sagt und ganz anders handelt. Da brauche ich jetzt gar nicht die hohe Politik zu bemühen, aber da sind die Beispiele ja beständigt. Doch damit jetzt kein Missverständnis entsteht, es geht also nicht nur um den Widerspruch zwischen dem, was ich sage und später tue, sondern ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Wenn ich sage, ich schreie doch überhaupt nicht, aber ich schreie diesen Satz raus, ich schreie doch überhaupt nicht, dann schreie ich natürlich tatsächlich, aber tatsächlich sage ich etwas anderes. Oder ein Kreter sagt, alle Kreter lügen. Das wäre ein zweites Beispiel, das wir vielleicht an der Stelle geben könnten. Um das mal zu analysieren, dieses Beispiel mit dem Kreter. Wenn ein Kreter sagt, alle Kreter lügen, dann ist der Sachverhalt, der bezeichnet wird, alle Kreter lügen. Und die Äußerungstätigkeit des Kreters selber in diesem Sagen wird ein bestimmter Wahrheitsanspruch erhoben. Der ist gewissermaßen in der Sprachhandlung mit vollzogen. Und insofern gibt es da einen performativen Widerspruch. Das ist häufig auch bei Nietzsche zum Vorwurf geworden, der sagt, es kann keine Wahrheit geben. Jede Erkenntnis ist ein Abdruck des Willens zur Macht. Man kann mit diesem performativen Widerspruch ganz gut auch Leuten die Luft ablassen, die sich sehr aufplustern und dann die Dinge, die sie äußern, in der Art und Weise, wie sie sie äußern, der Lächerlichkeit preisgeben. Wir sind alle Demokraten und das sage ich jetzt ganz autoritär. Wäre für mich noch ein weiteres Beispiel. Wir sehen jetzt eine weitere Bedeutung dieses Wortes Widerspruch. Das heißt, da besteht eine Differenz, ein Delta, eine Unstimmigkeit und das wäre eben auch eine wichtige Bedeutung. Und wir merken weiterhin, dass wir sensibel sind in Hinblick auf Widersprüche, wenn es um Sachklärung oder um autoritäres Auftreten von Personen geht. Was auch noch ein schöner Punkt ist, ist, dass sich bei dem Widerspruch, und das kommt in dem Wort selber schon zum Tragen, irgendwie immer um sprechende sprachliche Handlungen handelt. Widersprechen beinhaltet immer ein Sprechen, das mit einem anderen verknüpft ist, das zu einem Sachverhalt sich äußert, das zu Menschen sich äußert. Und insofern sollten wir die Sprachlichkeit des Widerspruchs selber nochmal genauer in den Blick nehmen. Du hast diesen Punkt angeführt. Was war dir daran wichtig? Ja, ich würde ihn würdigen wollen. Wer widerspricht, der spricht zumindest noch mit dem anderen. Also ein Widersprechen bedeutet, ich setze mich mit dem anderen auseinander. Ich will noch den Sachverhalt gemeinsam aufklären. Ich will weiterkommen. Ich will mit meinem Widerspruch etwas bewirken. Ich will nicht einfach nur einen Kontrapunkt setzen. Ich will vielleicht natürlich manchmal meine Position untermauern, aber zumindest möchte ich noch irgendwie an diesem Diskurs teilhaben. Mit anderen Worten, wer dem anderen widerspricht, der schießt noch nicht auf ihn. Das ist ein schöner Punkt. Vielleicht können wir jetzt nochmal auf das Moment der Dialektik eingehen. Der Modus des Widerspruchs ist der des Streites. Und Streit gilt ja als verpönt, als feindlich, als Vorstufe des Krieges. Du hast es gerade angedeutet. Das ist in der Wissenschaft überhaupt nicht der Fall und auch in der Philosophie nicht. Wenn wir um eine Sache streiten, sind wir verknüpft in dem gemeinsamen Interesse an der Erkenntnis. Die Liebe zur Wahrheit ist ein schönes Motiv, freundschaftlich zu streiten. Wissenschaftler publizieren ihre Ergebnisse und stellen sie damit zur Diskussion, laden damit explizit zum Widerspruch ein. Philosophen argumentieren, legen ihre Gründe und ihre Schlussfolgerungen offen. Um andere darauf hinzuweisen, hier könnte auch etwas faul sein, geh doch bitte mit einer Skepsis darüber und versuche mir zu zeigen, wo ich mich irre, damit ich mich selbst verbessern kann. Und zwar nicht nur mich selbst, sondern die Wahrheit damit besser zur Geltung bringen kann. Denn dieses Prinzip von These und Antithese mündet nicht in ein wechselseitiges Festhalten an dem, was ich behauptet habe, sondern sie sind ja auf einer gemeinsamen Achse so veranlagt, dass sie verpflichtet sind oder bemüht sind, eine gemeinsame Wahrheit zum Ausdruck zu bringen, die größer ist als die Position der jeweils Einzelnen. Das heißt, die Frage nach der Wahrheit überragt den Streit der Streitenden und ist grundiert durch eine gemeinsame Anerkennung, dass es da einen Gegenstand gibt, der selber widerspruchsfrei ist. Das heißt, wenn einer sagt, die Erde ist eine Scheibe, der andere sagt, die Erde ist eine Kugel, dann sagen sie das beide, weil sie die Wahrheit suchen. Und da es nur eines von beiden wahr sein kann und nicht beides gleichermaßen wahr sein kann, müssen sie mit Argumenten und Belegen prüfen, wer von beiden denn Recht hat, wenn sie sich auf dieselbe Erde beziehen und ihre Vernunft mit einer Liebe zur Wahrheit ausgestattet ist. Das heißt, der Streit und der Widerspruch ist nicht ein Hindernis, ein Unfall der Kommunikation, sondern ein notwendiges Erfordernis bei der Wahrheitsfindung, insofern diese im Diskurs stattfindet und nicht einfach nur autoritär verkündet oder aus der Basis der Macht heraus veranlasst wird. Das ist vielleicht ein ganz schönes Bild, das uns in die Pause führen könnte, die Wahrheitssuche. Eigentlich heißt es ja, die Wahrheit ist da, sie ist erkennbar. Ich habe sie aber nur noch nicht erkannt und deshalb braucht es diese Rede und Gegenrede, das Aufbauen verschiedener Positionen, den Widerspruch, um mich dorthin fortzuarbeiten, gemeinsam mit dem anderen, dem ich widerspreche und der mir dann vielleicht widerspricht. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Sie hören Philosophieren im Kontrafunk mit Alexander Christ und mit mir, Matthias Burchardt, heute zum Thema Widersprüchlichkeit, Widersprechen und der Widerspruch. In der ersten Hälfte der Sendung haben wir uns zunächst mit Michel de Montaigne beschäftigt, der die Widersprüchlichkeit als Wesensmerkmal des Menschen selber ausgemacht hat. Dann haben wir uns mit der Logik beschäftigt, die davon ausgeht, dass etwas, was sich widerspricht, falsch sein muss, weil eine Sache nicht zugleich eine Eigenschaft besitzen und nicht besitzen kann. Wir haben dann gemerkt, dass auf der Grundlage dieser Ontologie und Erkenntnistheoretischen Voraussetzungen der Widerspruch ein Motor der Erkenntnis in der Philosophie und in der Wissenschaft ist. Das Verfahren haben wir als Dialektik bezeichnet, nämlich der Streit um die Sachklärung im Namen einer gemeinsamen Wahrheit, die den Menschen zugänglich ist auf dem Wege der wechselseitigen Kritik und haben dann noch schließlich damit geschlossen, dass wir sprachgebundene Menschen sind, die darauf angewiesen sind, im gemeinsamen Austausch von Argumenten auf der Ebene der Sprache die Welt zur Geltung zu bringen. Das gilt aber jetzt nicht nur für den theoretischen Klärungsbedarf, den wir haben, sondern es geht auch darum, dass wir gemeinsam befinden müssen, wie wir leben wollen und das ist die Frage der Politik. Welche Bedeutung hat der Widerspruch in der Politik? Welche Bedeutung hat er aus meiner Sicht? Wäre wahrscheinlich die bessere Frage, weil wir finden vieles von dem, was ich jetzt gleich beschreibe, in der heutigen Politiklandschaft kaum wieder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen bestürzt, in welcher Situation wir uns heute befinden, wenn ich mir ansehe, dass der Widerspruch im Grunde sofort als Delegitimierung abgetan wird. Also der Weg dorthin ist wirklich nur noch ein sehr, sehr kurzer und kleiner Schritt. Dann wird mir ein bisschen Angst und Bange um den Zustand unserer gegenwärtigen Politik. Aber eigentlich sollte es so sein, dass der Widerspruch unbedingt dazugehört. Ich habe das auch tatsächlich mal in meinem Politikwissenschaftsstudium in der Uni gelernt, dass die Demokratie vom Widerspruch lebt. Das war so ein beliebter Satz. Also es gehört dazu, dass in politischen Diskursen eine Position mit einer Gegenposition und vielleicht mit einer dritten Position und mit einer vermittelten Position dann am Ende versehen wird, um letzten Endes genau das zu erreichen, was du beschrieben hast. Man sucht den Weg nach dem besten möglichen Leben, nach einer bestmöglichen Situation für alle. Wie wollen wir leben? Das ist die Grundfrage, die sich stellt und da ergeben sich eben rein prinzipiell mehrere Lösungsmöglichkeiten. In der Politik ist es sehr, sehr oft so, dass eben nichts alternativlos ist, wie wir mal von einer sehr schlechten Kanzlerin gehört haben, sondern tatsächlich gibt es eigentlich immer unglaublich viele Alternativen. Es ist einfach nur ganz schwierig, sie zu beschreiben oder sie umzusetzen oder es ist vielleicht ganz schwierig, Gelder für eine Alternative aufzubringen oder es mag vielleicht schwierig sein, die entsprechenden Verbündeten zu finden und die Unterstützung dafür zu gewinnen und so weiter. Das sind vielleicht dann am Ende Umsetzungsfragen, aber alternativlos ist eigentlich fast nichts. Und daher ist der Widerspruch ein zwingendes Mittel, ein zwingender Beitrag zur politischen Willensbildung. Auch für die Wähler ist es ganz wichtig, dass der Widerspruch in der Politik sich zeigt, dass die unterschiedlichen Positionen ersichtlich werden. Das heißt, der Widerspruch sollte also auch noch zudem in der Politik nuanciert sein, sodass er zu erkennbar unterschiedlichen Positionen führt, die Wähler dann letzten Endes vor eine erwachsene Entscheidung stellen. Wen möchte ich wählen? Wer vertritt meine Interessen unterm Strich am Ende des Tages am besten? Ja, das Gemeinwesen bringt Herrschaftsverhältnisse zustande und die können ganz unterschiedlich legitimiert sein. Wenn man sich etwa mit Platons Höhengleichnis beschäftigt, soll der Philosoph der Herrscher sein und zwar deshalb, weil er die Idee des Guten geschaut hat und deshalb weiß, wie das Gemeinwesen zu steuern und welchem Ziel es zuzuführen ist. Dieser Herrscher darf durchaus autoritär sein, weil die anderen seine Weggründe und die Argumente sowieso nicht verstehen würden und insofern gibt es hier eine Grundlage, die ideeller Natur ist, die das politische Herrschen orientiert und legitimiert. Das ist mit dem Ende der platonischen Metaphysik längst nicht mehr gegeben. Wir leben in demokratischen Verhältnissen, weil wir dem Einzelnen nicht mehr zutrauen, die Geschicke des Gemeinwesens alleine und aus Gründen der Weisheit dem Guten zuzuführen, sondern weil wir glauben, dass wir die Frage nach der wahren und guten Existenz des Einzelnen und des Gemeinwesens auf viele, viele Schultern verteilt werden muss. Und insofern kommen wir nur zu einer Berücksichtigung der Einzelnen und einer Klärung der Frage, wie soll das Gemeinwesen denn gut gelingen, indem wir möglichst viele Stimmen zu Wort kommen lassen und gegeneinander abwägen im politischen Diskurs. Da ist der Widerspruch nicht nur normal, sondern zwingend erforderlich, während wir ihn als Einwand gegen die Autorität durchaus inszenieren können. Also wenn das Kind sagt, der Kaiser ist nackt, dann wird hier eine angemaßte Herrschaft als solche entlarvt und über den Widerspruch der Lächerlichkeit preisgegeben. Also wir müssen sagen, genauso wie bei der Sachklärung ist bei der politischen Willensbildung in einem demokratischen Gemeinwesen der Widerspruch nicht nur legitim, sondern zwingend erforderlich. Ich möchte nochmal eine Variante eines meiner Lieblingssätze bringen, nämlich ist es in einem demokratischen Gemeinwesen legitim, unterschiedliche Auffassungen in Sache und Zielfragen zu vertreten? Ja, es ist nicht nur legitim, sondern es ist erforderlich, weil es zur Stärkung des Gemeinwesens zwangsläufig beiträgt. Und ich glaube, es ist auch der Ausdruck eines Regimes, wie viel Widerspruch er zulässt im Hinblick auf seine Legitimität und seine Vitalität. Es sind die sterbenden Regime, die den Widerspruch mit Gewalt unterdrücken. Und jetzt möchte ich dir tatsächlich ausnahmsweise überhaupt nicht widersprechen, lieber Matthias, sondern diesen Gedanken möchte ich noch etwas verstärken. Ich glaube, dass es für die Legitimität des staatlichen Handelns geradezu zwingend erforderlich ist, dass sich staatliches Handeln begründen lässt. Und zwar nicht nur für eine kleine Gruppe oder eine große Gruppe. Da spielt die Größe jetzt tatsächlich keine Rolle aus meiner Sicht. Also es ist egal, wie viele Menschen ein Staat überzeugt oder scheinbar überzeugt. Wichtig ist, dass er sich bemüht und es dann tatsächlich auch in der Umsetzung schafft, die große Menge zu überzeugen und die große Menge tatsächlich hinter sich zu bringen, es jedenfalls dieser großen Menge durch Argumente zu ermöglichen, staatliches Handeln nachzuvollziehen. Und wenn jetzt aus dieser doch recht anonymen Gruppe der Bevölkerung Widerspruch kommt, dann muss sich staatliches Handeln damit auseinandersetzen. Wenn es das nicht kann oder ersichtlich nicht tut, sondern diese Gruppe der Widersprechenden als Staatsfeinde Brandmarkt und sie eben zukünftig Delegitimierer nennt, dann setzt sich dieser Staat von vorne herein durch alles, was er in dieser Hinsicht tut, in ein ganz generelles und grundsätzliches Unrecht und kann sein Handeln nicht mehr legitimieren. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht der entscheidendste Punkt, der den Widerspruch zu einem ganz zentralen Element macht. Widerspruch ist, also wenn man das so betrachtet, etwas, womit sich Staat, Staatsakteure, die ja letzten Endes nur Vertreter derer sind, die sie gewählt haben, kein eigenes Recht haben, irgendetwas zu wollen, sondern nur wollen können, was diejenigen wollen, die sie vertreten, dass sich diese Akteure mit diesem Widerspruch auseinandersetzen müssen, ihn aufgreifen müssen und ihm eine Gegenrede entgegenzustellen haben. Den zu ignorieren und ihn sozusagen als eine unberechtigte Rebellion abzutun, das wäre nicht in Ordnung. Davon ist ja auch geprägt immer noch das Beamtenrecht über die Remonstrationsmöglichkeit oder vielleicht sogar die Remonstrationspflicht. Kannst du etwas zum Thema Widerspruchsrecht, Widerspruchspflichten im rechtlichen Raum sagen, als Baustein eines Rechtsstaates? Ja, ich glaube, wir haben darüber auch schon mal in einer Sendung gesprochen, aber ich kann das gerne nochmal an dieser Stelle wiederholen, weil es ja hier zentral zum Thema gehört. Wir gehen oft davon aus oder einzelne Akteure des Staates vor allem gehen davon aus, dass Beamte stets und ständig staatstreu zu sein hätten und nicht den Hauch eines Zweifels an dem haben dürften, was ihnen da an Befehl und Direktive vorgegeben wird. Das ist aber ganz im Gegenteil der Fall. Tatsächlich liegt es in dem Beamtentum, dass derjenige, der nun beauftragt ist, irgendetwas umzusetzen, selbst mitzudenken hat. Also das Gehirn ist nicht auszuschalten, sondern es ist mitzudenken, wenn ich es mal etwas flapsig sagen darf. Niemand hat das Recht zu gehorchen, Hannah Arendt? Genau. Jeder hat die Pflicht mitzudenken und zu prüfen, was ihm da an Direktive auferlegt wird. Und wenn eben erkennbar ist, dass es ganz eindeutig rechtswidrig ist, auch schon wenn der Anschein entsteht, dass es rechtswidrig sein könnte, dann darf es im Zweifel nicht gemacht werden. Das heißt, der Beamte ist eben nicht das Exekutivorgan einer Regierung. Er ist nicht Diener des Staates, sondern er ist Diener des Volkes. Das heißt, er ist einer höheren Autorität verpflichtet, denn alle Staatsgewalt geht ja vom Volk aus, wenn ich das mal so naiv formulieren darf. Ja, das bringt mich vielleicht rechtlich auch nochmal zu einem ganz kleinen Exkurs für alle diejenigen, die jetzt hier spitzwendig sind und sagen, wir sprechen immer nur vom Widerspruch und nicht vom Einspruch. Da gibt es ja diese kleine, für mich tatsächlich am Ende des Tages völlig unbedeutende, aber rechtlich doch formal bedeutsame Unterscheidung zwischen Einspruch und Widerspruch. Ein Einspruch beispielsweise legt man gegen einen Steuerbescheid oder gegen einen Bußgeldbescheid oder auch gegen einen Strafbefehl ein. Ein Widerspruch dagegen erhebt man gegen behördliche Entscheidungen, insbesondere auch wenn zivilrechtliche Forderungen gegen ein geltend gemacht werden. Jemand glaubt, dass eine Geldforderung noch zu bekommen sei und macht diese durch den Mahnbescheid gelten, dann würde man einen Widerspruch erheben. Das sind aber so kleine Spitzfindigkeiten. Letzten Endes möchte ich das umgangssprachlich damit übersetzen, dass ich dem, was da gegen mich behauptet wird, einen Einwand entgegenstelle und sage, damit bin ich nicht einverstanden, damit sind einzelne Aspekte nicht beachtet worden und die bringe ich jetzt in meiner Begründung. Ich bin also nicht einverstanden, ich erhebe ein Einwand, wäre vielleicht für mich der ober Begriff. Aktuell scheint die Regierung ja eher der Pflanze der Mimose zu ähneln, die bei der kleinsten Berührung oder dem Hauch von Kritik sehr empfindlich reagiert. Mimose im Hinblick auf die eigene Empfindlichkeit, robust gegenüber den Leuten, die diesen Widerspruch äußern. Ich habe das mal versucht zusammenzufassen, wie die Regierung momentan mit Widerspruch umgeht. Also sie nutzt durchaus die Möglichkeiten einer Zensur, das heißt einer Limitierung der Reichweite von Sprechern. Verbote von Presseorganen haben sich inzwischen auch ereignet. Einschüchterung von Gegnergruppen, gruppendynamische Gesinnungsharmonisierungen finden statt, indem man die Schweigespirale von Neumann bemüht. Also indem die Menschen sich nur noch trauen, das zu sagen, von dem sie denken, dass alle anderen dasselbe denken. Da gibt es einige Möglichkeiten, den Widerspruch als Motor der politischen Sachklärung und Willensbildung stillzustellen, um eine bestimmte Agenda zu realisieren. Das finde ich ganz schön bedenklich. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass es den Herrschenden relativ gleichgültig ist, dass ihre Argumente sehr widersprüchlich sind. Also ich habe am Anfang ja einige Beispiele genannt, ob das jetzt Migration, Klima, Gesundheitspolitik oder auch der Kampf für die Demokratie ist, dass man durchaus mit robusten, undemokratischen oder rechtlich fragwürdigen Mitteln die Demokratie verteidigen möchte. Das klingt für mich erstmal nach einem Widerspruch. Das ist der Macht aber egal, sodass wir zu einer Formulierung kommen, die Burkhard Müller-Ulrich geprägt hat, die Operationalisierung von Widersprüchen. Das heißt, die Widersprüche sind ein Hindernis für denjenigen, der versucht zu klären, was es damit auf sich hat, sind aber kein Hindernis, mit glatter Macht durchzuregieren und den anderen damit zu verwirren. Die Macht scheitert nicht an Widersprüchen. Und ich habe das mal versucht, in ein paar Varianten eines Satzes durchzuspielen, um zu zeigen, wie gleichgültig inzwischen dieser Widerspruchsaspekt geworden ist. Also die Politik hat sich gewissermaßen emanzipiert davon, durch Begründungen, die widerspruchsfrei sind, ihre Maßnahmen zu legitimieren. Das beginnt mit dem Satz, die Corona-Maßnahmen sind richtig, auch wenn unsere Begründungen widersprüchlich sind. Wir hatten da einiges in der Zeit, wo man gesagt hat, ja, das ist zwar widersprüchlich, aber es gilt halt trotzdem, weil wir es sagen. Denn die Begründungen, und jetzt kehrt sich das Ganze um, scheinen zu gelten, weil die Maßnahmen richtig und notwendig sind. Das heißt, es verkehrt sich das Verhältnis zwischen Begründung und Maßnahme, nicht mehr die Begründung legitimiert die Maßnahme, sondern die Notwendigkeit der Maßnahme setzt die Begründung ins rechte Licht. Da ist man dann bei den Faktencheckern, die dann einfach sagen, ja, das stimmt auch alles, weil die Maßnahmen sind ja unbedingt erforderlich. Es geht noch weiter, vielleicht war es ein Fehler, die notwendigen und richtigen Maßnahmen überhaupt zu begründen. Das hat so noch keiner gesagt, aber es klingt doch so ein bisschen an, weil die Politik inzwischen das Begründen fast ein bisschen aufgegeben hat und nur noch in Ankündigung von Maßnahmen sich ergeht und damit den Diskursraum gar nicht mehr bemüht, als solchen überhaupt akzeptiert und damit ein wichtiges Prinzip, von dem du gerade gesprochen hast, unterschreitet nämlich, dass eigentlich eine Regierung dem Volk Rechenschaft schuldet über das, was es tut und deshalb auch Begründungen schuldet. Und weil du gerade die Faktenchecker angesprochen hast, ist natürlich auch ein ganz interessantes Moment bei dieser ganzen Geschichte. Wir haben also sowas wie Faktenchecker in Anführungszeichen, die den Anspruch erheben, die Fakten zu checken und der Allgemeinheit sagen zu können, was tatsächlich wirklich geschah, was tatsächlich wirklich richtig ist. Das heißt, da wird der Anspruch erhoben, eine Wahrheit erforschen zu können und sie dann auch zu verkünden. Dann wird irgendetwas als Wahrheit präsentiert und kurze Zeit später merkt man dann, dass das überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, sondern dass die Faktenchecker etwas behaupten als wahr, was tatsächlich gar nicht wahr ist, sondern allein das wird nur behauptet, um ein Regierungshandeln durch einen angeblichen Faktencheck mit einem Qualitätssiegel versehen zu können. Das verwirrt die Öffentlichkeit natürlich noch weiter, weil die inzwischen erkannt hat, dass das gar nicht stimmt. Ich könnte als Beispiel jetzt dieses angebliche Treffen in Potsdam heranziehen, das uns vor einigen Monaten erschüttert hat oder nicht erschüttert hat, weil man ja eigentlich recht schnell wusste, dass das, was da angeblich behauptet wurde, bei diesem Treffen gar nicht passiert ist. Aber es hat eben doch zu einer gehörigen Verwirrung geführt und Menschen auf die Straße geführt, die dann in Verkennung der tatsächlichen Lage glaubten, dass das, was die Faktenchecker ihnen berichtet haben, in dem Fall war es korrektiv, das dann absurderweise auch noch einen Journalistenpreis dafür bekommen hat. Also absurder geht's gar nicht mehr. Da wird die Unwahrheit ausgezeichnet, dass das eben der Wahrheit entsprochen habe. Aber tatsächlich wusste man, das war gar nicht so. Das alles führt zu einem kompletten Verwirrungszustand und fordert weiteren Widerspruch heraus, der dann alsbald eigentlich umgehend sofort wieder als nicht berechtigt abgetan wird von den Regierenden, die dann sagen, naja, dieser Widerspruch, der geht ja nun gar nicht, weil wir haben ja durch Faktenchecker einen Qualitätsbeleg, dass das alles genauso bestimmt hat. Also die Verwirrung ist, glaube ich, und das ist das, was Burkhard Müller-Uhrig mit seinem Wort meinte, ist Teil des politischen Spiels geworden. Wir blicken nicht mehr durch, das sollen wir auch nicht, denn dann wird das alles viel zu kompliziert und die, die an der Macht sind, können noch ungehinderter tun, was sie ohnehin tun wollen. Damit wird ein Prinzip der Moderne preisgegeben, nämlich, dass eine Äußerung dann gilt, wenn sie wohl begründet ist, unabhängig davon, wer sie äußert. In diesem Moment wird nicht mehr die Begründung zum Ausgangspunkt der Geltung gewählt, sondern die Sprecherposition, aus der die Aussage heraus begründet wird. Das heißt, ob es der Papst sagt, der Priester von der Kanzel oder der Faktenchecker, das sind die Legitimierungs- und Ausweisinstanzen für die Geltung einer Aussage, die dann auch nicht mehr in Frage gestellt werden. Die Maßnahmen dürfen niemals in Frage gestellt werden. Das mündet dann in einen Satz, den ich jetzt als letzte Variante nochmal den spitzfindigen Hörern zum Phras vorwerfen möchte, nämlich, die Maßnahmen sind richtig, weil die Begründungen widersprüchlich sind. Credo quia absurdum est. Ich glaube es, weil es absurd ist. Damit sind wir in dem Bereich der Theologie, des Kultes und des Mythos vorgedrungen und haben den Bereich des gepflegten Diskurses, des argumentativen Austausches, der Dialektik, der politischen Bildungsbildung damit weit verlassen. Ich finde, das ist ein Armutszeugnis für eine gegenwärtige Politik. Also das glaube ich tatsächlich, dass wir diesen Raum des gepflegten Diskurses schon längst verlassen haben. Und umso wichtiger scheint es mir, dass wir beide heute dem Widersprechen als wichtigen Aspekt eines gepflegten Diskurses ja eine Bedeutung wieder zurückgegeben haben. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Und die Hörer haben gesehen, dass es natürlich kein Freibrief für die Unwahrheit ist. Das Bemühen um Wahrheit, daran muss es uns unbedingt weiter gelegen sein. Aber es geht eben darum, den Widerspruch als solchen zuzulassen. Ja, nicht nur ihn zuzulassen, sondern ihn zu fordern, ihn zu wünschen, weil er die Debatte belebt und am Ende zu einem besseren, höheren führt, zu einem Erkenntnisgewinn, an dem uns alle gelegen sein muss. Und dann klingt auch der Montaigne-Satz. Es mag sein, dass ich mir widerspreche der Wahrheit, widerspreche ich nicht, nicht als die Einladung dazu, die Unwahrheit zu sagen und permanent in Widersprüche sich zu verstricken, sondern als Ausdruck einer skeptischen Demut im Hinblick auf die Widersprüchlichkeit unserer Existenz, die die Verpflichtung zur Sachklärung im Namen der Wahrheit gerade nicht preisgibt, sondern einfordert. Dem möchte ich ausdrücklich nicht widersprechen. Mehr kann ich heute, glaube ich, nicht erreichen. Sie hörten Philosophieren im Kontrafunk, heute mit dem Thema Widersprechen. Am Mikrofon waren Alexander Christ und Matthias Burchardt. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunk-Beitrag. www.kontrafunk.radio Kontrolle Und das Jahr 2017 cuz weib ! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020